Heilzahlen haben nicht nur eine Quantität, wir können mit ihnen nicht nur rechnen, sondern sie besitzen auch eine Qualität. Wichtige Heilzahlen hat aktuell der russische Geistheiler und Wissenschaftler Grigori Grabovoy aus der geistigen Welt empfangen. Die wichtigsten Beschwerden, die Zahlen dazu, finden Sie in meinem Buch Heilen mit Zahlen und auch auf der App Heilen mit Zahlen. Über eine Suchfunktion, in die Sie Beschwerden eingeben, können Sie sofort die passende Heilzahl generieren. Darüber hinaus erfahren Sie mit einem Klick Ihre Schicksalszahl, Ihre Persönlichkeitszahl, die Zahl zu der Tagesenergie oder auch die Zahl zu der Wohnortenergie für den Ort, an dem Sie leben.